Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du musst Deutsch sprechen und deine Sprache vergessen Cold? Ja, genau, es ist kalt Aber nein, es ist Sommer Komm rein! Warte, warte Meine Sachen, meine Sachen, meine Sachen Das ist so viel Aber dein Zimmer ist ganz oben Hier gibt es keinen Aufzug Das ist nicht Philippine Oh, ganz oben Oh nein, das ist oben Du weg Wasser Moment Das ist warm Das ist warm Und das ist warm Das ist warm Und das ist warm Der ist warm Feuer Wasser Das ist warm Was machst du Abi? Nein, das geht nicht! Ich zeig dir, komm! Abi, das hier ist ein Papier. Hier ist eine Kutte oder alles im Plastik. Und Freschmüll im Brot. Eigentlich ist es braun, aber es gibt keine braun zum alten Blut. Und das hier ist so. Siehst das? Das ist ein Pfandzeichen. Das bedeutet, wir haben Geld bekommen. Und wir müssen in den Supermarkt essen. Deswegen haben wir das Geld. Das ist ein Pfandzeichen. Das ist ein Pfandzeichen. Das ist ein Pfandzeichen. iendo peu morning hi maa ko si abby ako poner city ngayon valley maaam, ano pangalan niyo? Frau Lalloy. Frau Lalloy, es gibt noch eine neue Verkaufung. Sie haben noch nicht die, dass wir die Blut haben. Wir müssen die Blut sein, die wir haben. Wir müssen die Blut sein, dass wir die Blut haben, weil wir die Blut haben, wenn wir die Blut haben. Dann, wenn wir die Blut haben, wir versuchen die Blut zu sehen. So können wir die Blut haben. Okay? Ich bin mein Patientin. Ich bin mein Patientin. Was ist das? Wo ist der Patient? Das ist der CR. Ich möchte das. Das ist der Mama. Das ist ein kleines Erz. Ich bin hier, ich bin hier. Vielleicht ist ein kleines Bipi, ich bin hier bei der sich. Ich bin hier. Es ist so schön. Mami! Wir werden uns wiederholen. Okay. Hallo! Hallo! Schmösch der Laufen! 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 Entschuldigung, ich kenne dich besser. Ich muss meine Laufen reden. Ausländer! Ja, hallo, Sie mösch der Laufen! Was ist los? Schmösch der Laufen! Oh, jetzt tut mir leid. Sie ist hier. Ja, egal. Aber das muss weg. Okay, alles klar. Ich mach das. Hi! Guten Morgen! Was ist los, Frau Lerger? Schmösch, das tut weh! Was ist los? Oh nein! Okay, ich muss zuerst ausmachen. Das geht nicht. Ich kann nicht ausmachen. Ich muss zuerst den Arzt anrufen. Schmösch! Schmösch! Ich muss zuerst den Arzt anrufen! Das wird das Wasser Hollyge, da einen Blatt mit dem Mosel anrufen. Ich bekomme das Licht. Der Ert wieder drange auf. Der Daumen schmösch! Das ist das Licht. Das war's für heute. Schukran, Ketir Grazie Kukun, Kau Terima kasih Maraming Salamat Auf Wiedersehen, Ketir, Ketir, Akademi